Musik Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind gerade gelandet in New York und das hier ist die erste Folge unseres Reise... Nein, Reise ist es ja nicht. Es ist ein Vlog, weil Checkport Reise hat ja ein Konzept, das hat diese Folge jetzt nicht und ich bin auch ziemlich am Ende, weil wir gerade 10 Stunden geflogen sind mit Umsteigen und so und innerhalb dieses Vlogs werde ich einfach versuchen, ein paar Aufnahmen für euch zu machen und euch ein bisschen was von der Stadt zu zeigen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Da hört ich nicht gut aus. So, wir sind jetzt ersten Tag in New York City. Gestern haben wir nicht mehr viel auf Freie gekriegt, weil wir ziemlich kaputt und müde waren. Da waren wir noch was essen bei Taco Bell, was sich jetzt auch in meinem Argen richtig bemerkbar macht. Und war ein Penn. Was war noch bemerkenswert? Taxifahrt. Taxifahrt, auf jeden Fall Taxifahrt in New York. 90 Prozent Stillstand, 10 Prozent fährt ja ungefähr 100 und fährt ungefähr zwei Zentimeter auf. Gab es noch irgendwas Besonderes? Nee, ich glaube, das war es fürs Erste. Ach ja, genau. Und wir haben uns jetzt erstmal hier so ein bisschen zurückgezogen in den Central Park, damit wir uns mal hier so orientieren können, was hier so los ist. Guck mal, sogar hier gibt es Spielplätze. Da können sich so kleine Racker wie du richtig austoben. Da hätten wir doch gar nicht so weit fahren brauchen, Alter. Da hätten wir auch irgendwie, weiß ich nicht, nach Haltern fahren können oder so. Oder zum Stuckenbuscher Marktplatz. Oh, der Akku ist gleich leer. Wie schnell ging das denn? Matthias, du stellst mir hier wirklich nur Scheißgerätschaft zur Verfügung. Das ist doch gleich, wenn das gleich wieder alles ist, dann häuslich wiederum, dass ich nicht genug Aufnahmen gemacht habe. Bis zum nächsten Mal. Na, wie findest du? Cool. Hier muss man dazu sagen, hier gerade nach den Menschen mit den Pferden laufen jetzt eine Truppe von Müllmännern rum, die die Scheiße der Pferde aufsagen müssen. Ja, echt? Ja. Was ist hier jetzt gerade? Die Kolumbus-Schlag-mich-tot-Parade. Aber ich glaube, den Kolumbus selbst werden wir jetzt hierbei nicht sehen. Meinst du, die können marschen und sich genauso gut wie hier?